Herzlich Willkommen bei Amazing Discoveries News. An Top-Universitäten in ganz Australien werden die Noten der Studenten herabgesetzt, wenn sie verbotene geschlechtsspezifische Sprache verwenden. Das können alltägliche Redewendungen sein, die nicht geschlechtsneutral sind. Begriffe wie Mann, Sie, Ehefrau, Mutter und weitere wurden von der sogenannten PC-Brigade, diese Political Correctness-Brigade, auf die schwarze Liste gesetzt. Den Studenten wird empfohlen, geschlechtsspezifische Ausdrücke ebenso zu vermeiden, wie sie auch rassistische Sprache, Klischees und Umgangssprache in ihren Ausarbeitungen vermeiden sollen. Verstöße sollte nur marginale Auswirkungen auf die Noten haben, abhängig von der Schwere des Verstoßes. Studenten der Queensland University of Technology sind ebenfalls vom Kreuzzug der politischen Korrektheit betroffen. Sie werden bestraft, wenn sie inklusive Sprache nicht benutzt haben und werden davor gewarnt, Formulierungen zu verwenden, die Frauen in einer sekundären Position darstellen, wie zum Beispiel Ehefrau von, Mutter von oder Tochter von. Stattdessen sollten Studenten nicht binäre Pronomen suchen, also solche, die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind, damit keine falsche Genderbestimmung passiere. Dies geht so weit, dass Universitäten korrekte Grammatik ablehnen, um geschlechtsspezifische Sprache auszuschließen. Die Universität in Sydney bevorzugt Studenten, die Sätze bilden, die grammatikalisch falsch, dafür aber politisch korrekt sind, anstatt die schrecklichen Wörter er oder sie zu verwenden. Der australische Bildungsminister Simon Birmingham widersprach offen den Bestimmungen und erklärte sie als Kindermädchen-Kram. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 1 Vers 22 über bestimmte Menschen, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Gottes Wort sagt klar und unmissverständlich über die geschlechtliche Identität des Menschen in 1. Mose 1 Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft, ein Satz, der gut klingt. Doch wie viel investieren wir in unsere Kinder? Zum 1. Juni 2018, dem Tag des Kindes, wurde von renommierten Psychotherapeuten und Neurobiologen eine Stellungnahme verfasst, die sich bewusst gegen die Fremdbetreuung von Kindern unter drei Jahren ausspricht. Veröffentlicht wurde die Stellungnahme vom Verband Familienarbeit aus Freiburg. Grundlage bilden Erkenntnisse aus der Bindungs- und Hirnforschung, die über hilfreiche und schädigende Einflüsse auf die Entwicklung von Kindern berichten. Ihre Hauptaussagen sind, gute Beziehung verbessert die Chancen von Erziehung. Bindung ist die wichtigste Voraussetzung für Bildung. Die Fähigkeit für demokratisches, freiheitliches und tolerantes Verhalten wird durch die frühe Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind gewonnen. Der Arzt Johannes Resch, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Familienarbeit kritisiert, dass die Politik es Eltern immer schwerer mache, die eigenen Kinder zu betreuen. Die Konsequenzen davon tragen vor allem die Kinder, was später in erster Linie von dem Psychotherapeuten bemerkt wird und behandelt werden muss. Im Zuge dessen fordert der Verband Familienarbeit eine Familienpolitik, die es den Eltern erlaube, ihre Kleinkinder selbst zu betreuen und gleichzeitig optimale Entwicklungsbedingungen für Kinder fördere. Gefordert wird ein Grundgehalt für Eltern für die ersten drei Jahre eines Kindes inklusive sozialer Absicherung. Dieses sollte Eltern die Wahl bieten, es alternativ auch zur Finanzierung einer außerhäuslichen Betreuung zu verwenden. Außerdem solle die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit bei gleichzeitigem Karriereschutz, zum Beispiel in Form von Arbeitsplätzen zu Hause, erleichtert werden. Kinderkrippen für Kinder unter drei Jahren sollten nur aus Not- und Ausnahmegründen vorgehalten werden und dann auch nur mit optimalen Betreuungsmöglichkeiten durch einen hohen Personalschlüssel von zwei bis drei Kindern pro Betreuer. Der Verband Familienarbeit setzt sich dafür ein, dass Eltern selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder selbst betreuen oder berufstätig sind. Wichtig sei dabei vor allem, dass Familien dadurch keine finanziellen Nachteile hätten. Durch eine Bezahlung der Familienarbeit sei die Wahlfreiheit tatsächlich gewährleistet. Die Entwicklungsbedingungen der ersten Lebensjahre beeinflussen das soziale Verhalten eines Erwachsenen wesentlich. In der Bibel finden wir dazu Beispiele aus dem Leben großer Glaubensmänner. Das Fundament für die Grundsatztreue eines Josef, die Charakterfestigkeit Daniels, die Energie und Standhaftigkeit eines Elisa und die Demut und Hingabe Moses wurden in ihrer frühesten Kindheit gelegt von Eltern, denen eine Erziehung nach dem Plan Gottes am Herzen lag. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Amazing Discoveries News. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.